Unser Teil der Felix-Dahn-Straße ist eine Einbahnstraße. Sie können also nur von einer Richtung reinkommen. Und wenn Sie reinkommen, dann sehen Sie schon groß das Schild-Parkhaus vom Berolina-Haus. Daraufhin fahren Sie zu. Hier ist übrigens unser Eingang, da müssen Sie später rein. Achten Sie auf Gegenverkehr, es ist viel los auf der Rampe. Dann geht es die Rampe runter. Sie fahren aber nicht nach links ins öffentliche Parkhaus, sondern der erste Eingang rechts, das ist unsere Tiefgarage. Hier geht es also rein. Und entweder, wenn frei ist, können Sie direkt vor der roten Tür parken. Da steht auch Sprachenmarkt drüber. Ansonsten fahren Sie einfach eine halbe Etage tiefer. Und es sind noch die einzigen Plätze im Parkhaus, wo keine keine Stange oder sonst was ist. Hier sind drei Plätze nebeneinander. Der rechte Platz ist normalerweise für jemanden reserviert. Parken Sie also links. Sie müssen sich aber nicht links an die Wand quetschen, weil letztendlich sowieso keine zwei, drei Autos hinpassen. Parken Sie aber auf keinen Fall in der Mitte. Also links halten, können Sie aber nicht an die Wand quetschen. und dann sehen Sie auf jeden Fall in der Mitte.